Ich bin dabei. Ist es raus? Na super, steht am besten. Wo warst du denn? Ich stand hier links auf dem linken Turm, also auf der linken Erhöhung. Also vom Wald aus oder wo? Ich schätze, links vom Wald oder gegenüber vom Diner oder was da ist. Kann auch sein, dass wir von den Häusern oben geschossen haben, das sehe ich jetzt nicht. Alles habe ich im Blick, da ist nichts. Der hat mir voll verpult. Habt ihr den Schuss gehört? Ich habe keinen Schuss gehört, das würde mich wundern. Ich habe den Schuss gehört. Einzel, muss ein Sniper sein. Ich gucke gerade mal, ob ich da irgendwas sehen kann. Wunderbar. Auch mal ein Fernglas. Haben wir genug von, ne? Oh, Alter. Was auf hier wird reingeballert irgendwas. Werfen wir Granaten auf uns. Vorsicht. Von wo? Ich glaube von... Gegenüber. Von Diner. Diner ist einer. Ja? Ja. Links in die Diner-Hütte eingelaufen. Dann mache ich jetzt Action. Ich gehe jetzt da raus und kann die weg, die Wichser. Sonst drückt mich auf. Echt. Da läuft es ja. Glas-Träger, Batterien, also Scheiß. Wollte ich bei mir. Einer ist weg. Ja, sauber. Und hier war es... An dem Grill war der. Am Grill liegt er an der Aussichtsplattform. Äh, Aussichtstafel. Ich sehe einen hinten. Wo? Wo ist hinten? Wo denn, Gerrit? Im Wald, Gerrit? Ich bin hier hinten. Am Hinterausgang. Da bin ich. Da bin ich gerade. Und der da unter unserer Base? Ja, da war ich gerade eben. Alter. Dann habe ich auf die geschossen. Hinterm Diner. Hinterm Diner ist einer. Der ist hinterm Diner. Marcel, bist du hier hinter der Tankstelle quasi? Nein, ich bin jetzt hier bei der Werkstatt. Bin ich jetzt hier. Nee, dann ist hier hinterm Diner. Hinterm Diner ist einer. Hinter der Tankstelle ist auch einer. Ich renne jetzt hin und mache die weg. Das kotzt mich an. Echt. Oh mein Dauer. Scheiße. Hier liegt ein blutiger Sack nicht hier rum. Einer. Warte. Links vom Diner ist einer. Ja. Der ist dahinter gelaufen. Ja, ich sehe ihn. Der läuft weg da hinten. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Okay, das ist einer, der blutet aber wie Sau. Wo läuft der hin? Läuft hinten hinweg Richtung... Ja, was ist das hier? Hinten Richtung... Richtung Häuser oder was? Nee, Richtung Wald raus. Gut in dir. Ja, ist ein Zaun dazwischen uns, ne? Das ist ein ganzes Problem. Ich glaube, ich habe auch einen erwischt. Ich sehe ihn gerade nicht. Der hat auf jeden Fall geblutet wie Sau. Nee, der hat ja vorhin schon eine gekriegt. Der Anteel hat nur einen Schuss abbekommen. Das waren die eben im Auto. Ich habe die auch nicht vermassen. Das Auto für den steht jetzt hier irgendwo im Wald. Das war über uns, oder? Irgendwo ist das versteckt. Das war ich. Das war ich. Ganz ruhig. Das war's. Wer hat denn nichts am Mann? Naja, ich habe ein bisschen was. An dem Wegweiser... Ja, ja. Ich habe das schon gesehen. Hier mal kurz gucken. Ich habe einen Tarnock. Der ist nichts drin. Wer geschossen noch? Wer schießt, ne? Hat einer von euch geschossen? Nein. Okay. Dann ist noch einer. Pass auf. Der schießt wahrscheinlich auf dich. Ja, ja, ja. Ich laufe immer schon zickzack. Es kam auch von hinter der Base irgendwo. Ja. Ich bin in einer Werkstatt gerade drin. Ich habe einen hinten gesehen. Hinter der Tankstelle. Unter unserer Base. Ich bin in der Werkstatt gerade drin. Hinter der Base da hinten. So was, ich bin tired, aber lief eine Matratze. Das ist super. So, pass auf. Ganz kurz Lage. Einer ist hinter dem Diner, sag ich mal. Der Diner ist das gegenüber auf einer Straße. Mit dem Auto auf dem Dach, ne? Genau. Genau. Dahinter ist einer, noch jenseits des Zauns, der da ist, rund an die Senke gelaufen. Hat aber stark geblutet. Noch eine Granate hinterher geworfen, aber den glaube ich nicht erwischt. So, aber ich bin auch der Meinung, dass südlich unserer Base in dem Wald noch irgendjemand ist. Ah, Schüsse hinter unserer Base. Oh, das hört sich für mich an wie vor der Base. Hast du 7-1? Ja, ich glaube hier der Sound, der ist so schlecht gemacht, dass 7-1 auch nicht die Rolle spielt. Hier Marcel, pass mal auf. Bleib mal langsam. Ja. Komm mal zurück. Komm mal zurück. Was denn, was denn, was denn? Hier, unter der Base. Guck mal, wo ich... Siehst du mich hier oben? Ne. Hier, ich stehe hier oben. Ja, da zieh ich dich. Hier, guck mal, da wo ich hinzeige. Da müsste einer liegen. Meinst du? Ich guck mal eben. Da unter der Base. Bei dem am Campingplatz 4 drin? Da ist einer. Schüsse, schüsse, da ist einer. Oho. Der ist tot. Gerrit hat ihn wunderbar. Der ist tot. Oh, Virgin is dead. Wie heißt er? Virgin. Guten Zocker. Not in our house, Virgin. Not in our house. Den habe ich schön weggefratzt. Ja? Das war nämlich der, den ich die ganze Zeit gesehen habe da. Nicht in unser Base, mein Freund, ey. Der hatte nichts an, ne? Doch, doch. So aus wie nackt. Mit Leer. Mädchen oder was? Ja, anscheinend. Oh, jede Menge dabei. Jede Menge. Was denn leer? Was ist da drin? Munition. Da ist noch eine Haunting-Wolf in der Pumpgang. Das war auch der, der weggelaufenes Blut ist. So, wo ist jetzt das Auto? Das wird irgendwo noch rumstehen. Definitiv. Keine Ahnung, das haben die wahrscheinlich irgendwo weit weg geparkt. Ne, das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube jetzt einfach mal rum in der Hoffnung, dass es nur zwei waren. Ich gehe jetzt mal dahinter den Diner gucken. Und da sind die abgehauen in die Richtung. Oh, achtmal Shotgun-Munz von der Weile gehabt, der Kollege. Wir haben uns gezielt angegriffen. Auf jeden Fall. Eindeutig, eindeutig. Ich habe ihn gekillt. Ja, sehr geil, sehr geil. Ey, was ist das für eine Bilanz? Ich habe ein Auto besorgt. Ich habe einen Teil geholt. Ich habe zwei Spieler gekillt. Ey, läuft bei dir. Ey, ich habe einen Lauf. Ich gehe euch nicht mehr ins Bett. Ich schlafe nie wieder. Ach, guck mal eine Waffe, die ist noch nicht zart. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch das Auto holen. Das wäre noch das Highlight. Ah, ich suche das gerade. Das ist mal ein Scheiß-Wolf. Ich muss einmal schießen, sorry. Nee. Scheiß-Wolf. Jetzt war ich einfach. Ich habe gesagt, ich muss einmal schießen. Okay. Leute, nehmt euch auch genügend First-Aid-Gids. Wir haben 110 Stück noch da drin. Das ist eine gute Idee. Das war auch der einzige Grund, warum ich noch lebe. Weil ich hatte nur noch 18 Prozent. Oh, noch ein Wolf, sorry. Das gibt es doch nicht. Mann, ich habe kein Messer mitnehmen. Wir haben zu wenig Wohl. Sei es auf den Spritz. Auf die vier Dinger kommt es jetzt auch nicht an. Die Maximal kriegst da. Oh, noch ein Wolf. Gibt es doch nicht, ey. Ja, wollen wir mit dem Auto mit die Tabletbacks nochmal? Bruchsäcke fahren? Wir haben nämlich kaum noch welche. Weil wir aufgeschoben sind. Die kommen noch mal wieder. Die kommen noch mal wieder. Die holen ihr Auto. Ja, ich such das gerade mal. Guck mal, unter der Brücke mal einer gucken. Vielleicht steht das da echt. Ach, scheiße, ich braun Fernglas. Auch mal ein bisschen Richtung Wald hinten. Ja, ja, ich bin gerade, ich glaube... Da bin ich... Den habt ihr leer gemacht, ja? Ja, was heißt leer gemacht? Ich habe nur jetzt kurz einmal reingeschaut und ich glaube ein, zwei Munitionsteile rausgenommen. Soll ich da noch mal gucken, den? Also ich bin jetzt alles abgelaufen. Und zwar hinterm... Hinterm Diner und ein Senke bin ich abgelaufen. Ich bin jetzt hier bei den Häusern rumgelaufen. Bin jetzt südlich unserer Base im Wald gerade am gucken. Aber ich finde, das ist das Auto nicht. Die sind noch weiter Richtung Hannes gefahren, oder nicht? Ja, aber denn so weit zu Fuß zurück? Das war der Pump... Der hat noch eine Pumpgun im Sack. Wollt ihr die da holen? Oh Mann, jetzt kann ich wieder Wolf hier haben oder was? Oh Mann. Äh... Warte mal... Ich guck mal, ob ich die... Ich lauf hier ohne Hose rum. Na, du machst... Du Sachen hier... Hab ich schon gesehen. Ja, ich hol die Pumpgun noch, weil... Guck mal, einschmeißen. Zwei Metalbars, ne? Mhm. Eine Pumpgun? Echt? Zu wertvoll? Auf der anderen Straßenseite ist auch noch eine Pumpgun und ein Scharfschützengewehr. Das kann man auch noch einschmelzen. Das hol ich mir eben. Ja. Die haben das Auto noch nicht so weit weggeparkt, oder? Hast du gesehen, wo Hightower, ne? Ja, ja. Der Sack ist hier auch noch. Na, ich komm wieder zurück. Wieso? Die Typen brauchen wir noch nicht mehr ständig zumachen hier, oder? Wer war hier? Guck mal, die haben wir aber aufs Bank. Doch. Oh, Hightower ist tot. Vorsicht, wo denn? Wo warst du, Hightower? Genau da, wo der Rekrut seinen Sack hingelegt hat. Ey, was? Wo das war? Wo? Rekrut, wo war das? Am Deiner. Am Deiner. Am Deiner. Okay, check, check. Ich komm von den Häusern links-südlich ein bisschen. Ich lach mich gut. Der Schuss kam wie hinterm, äh, hinter der Werkstatt, so. Wo ist der Richtung? Also ich hab ein Strong-Headset, das, ne? Oh, hinterm Deiner? Ne, ach, da ist einer. Wo, wo, wo? Wo ist einer? Das ist Trick, das Trick, der läuft nackt da rum. Zielangaben, Leute, Zielangaben. Ne, ne, der ist am Deiner, der läuft nackt. Das ist ein Fake, passt auf. Hauptsache, ich bin in guter Rucksack. Ah, ich seh einen, hinter dem Deiner, hinter dem Deiner steht, ne? Ja, pass auf, der läuft hier nackt in Unterhose da rum. Ne, einer steht hinter dem Deiner und zieht auf euch. Ich seh ihn. Den mach ich seitlich weg, der schießt auf euch. Ne, das war jetzt, das war jetzt von der Brücke aus. Da ist Eish, das von der Brücke ausbekommen. Das ist nur, das ist nur Locken. Ja, ja. Ja. Der ist nicht nackt, der Typ, da vorne. Der ist tot, Karl Hisser. Aber die schießen ja auf mich, da kommen noch mehr Leute, da sind noch mehr Leute definitiv. Die sind auf jeden Fall Richtung Brücke, sind noch ein paar. Ich mein auch, also mich hat einen Schuss von Richtung Brücke oder hinter der Werkstatt da irgendwo. Wer lebt denn jetzt? Also Heithauer, Thomas, du bist tot. Ich versuch zu bespauen in der Nähe. Wo hat's dich erwischt? Gegenüber, auf der Campe-Ecke, wo wir gehockt haben. Ok. Da, wo Marcel eben den einen erschossen hat. Mhm. Rekrut. Ja. Mein ich ja. Da, wo das Schild ist, da liegen jetzt zwei Säckchen. Genau. Drei Säckchen liegen da. Ja, das war der Typ, der da vorher gestorben ist. Da wollte ich mich selbst wieder looten, glaube ich. Sagen wir zumindest so aus irgendwie. Neun. Ja, da sind drei Säckchen. Das eine ist auf jeden Fall beim Typen, den ich eben erschossen hab. Eins vom Hightower, eins vom Hightower und eins vom Hightower und eins weiter rechts. Genau, genau. Oh, diese Fliege, die fuckt mich so ab. Ich funde jetzt gleich mal elektrische Fliegenklatschen. Das ist, das kann nerven, ne? Ey, immer an die Hände, ins Gesicht. Fliegt doch auf meinen Pulli. Fliegt von mir aus an meine Socken. Guck mal wieder links vom Diner Richtung Felsen. Ist das da frei? Sieht man da was? Ich guck zum Diner. Links am Diner sind nur die großen Felsen. Wie sieht das da aus? Ja, es sieht unbesetzt aus. Okay, dann gehen wir mal gucken. Ähm, die könnten jetzt aber auch, wenn wir von hier aus gucken, wenn ich schon Brücke auf der linken Seite sein, in dieser Senke, was, damit sie wieder Loot holen. Mhm. Da könnten die auch sein. Ja, das war ein gezielter Angriff. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Deckt mit dem Fernglas oben die Häuser nicht, dass irgendwas aus dem Fenster battert oder so. Einer läuft in die Straße, in die Senke. Richtung Brücke direkt oder wo? Äh, ne, der ist jetzt da in der Senke, wo der Loot ist von denen. Okay. Ja, ich höre auch Schüsse. Hier ist einer, da kommt Klanate rüber. Ja, genau in deiner. Ach, ich bin auch noch auf den Loot. Bist du im Turm oder was? Ich bin im Turm, ja. Ja, da läuft einer rechts, da läuft einer angedeckt. Richtung Brücke, Richtung Brücke. Zwei Mann sogar. Hinter dem Stein in Entdeckung. Hinterm Auto. Hinterm Auto ist das, genau. So aus wie ein Stein eben. Und ihr schießt von oben, ne? Richtig? Ja, richtig. Da ist ein anderer Typ. Wo ist da? Wo ist da denn was denn? Bei dem Schild. Beim Schild ist wieder. Beim Schild ist wieder einer. Wer hat's auf dem Fall verzieht? Ich seh's ja nicht. Also Richtung Brücke ist definitiv einer. Am Auto ist rechts dahinter. Lauf mal einer hinten raus. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Da ist noch nicht weit gekommen. Ja. Wir haben ja Auto noch hier stehen, Freunde. Ja, in unserer Brücke vermute ich mal. Ist egal. Das Zeug vom Hightower einsammeln. Sorkern kannst du rüber laufen. Worüber? Leg am besten da wo das Schild ist. Rechts neben dem Diner. Rechts neben dem Diner liegen drei Säckchen. Ja, warte. Ich leg mal meine. Mach alles nicht. Und ein Tarnrucksack ist da drin. Also von da aus. Military. Da kriegst du genug Space. Wo habt ihr den Typen denn weggeschossen hier? Ich seh kein Säckchen hier. Äh, ein bisschen weiter. Äh, doch mal. Nein, nein. Zurück, 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 zurück. Ich führe dich. An dem Auto war der doch. Auto vorbei. Weiter. Ah, hier ist es. Ja, wunderbar. Okay. Ja. Danke dir. Ein bisschen Schrot hat dann eine Pumpkan, noch einen milden Tarnrucksack. Den nehmen wir auch nochmal mit. Ach, scheiße. Passt nicht rein. Batterie muss raus. Batterie muss raus. Tarnrucksack. Scheiß jetzt. Ich hab mich verletzt. Ich Idiot. Der liegt 500 der Tarnrucksack. Wie verarscht. Achso. Wie gehört noch das ganze Zeug hier? Äh, das ist vom Highpower und von dem Typen da. Du siehst die drei Säckchen, ne? Naja. Okay. Wir haben ja schön gedefft, das war ein richtig geiler Def. Und ich hab den ganzen Scheiß auf Video, ne? Die ganze Aktion von Anfang an, ey. Ja, ich komm vorne rein, ich bin voll. Ich bin voll, ich muss rein. Ja, ich komm mit rein. Lass aufsackern, ich bin direkt hinter dir. Äh, was meinst du eben mit dem Video? Ähm. Das Video ist ja nur aus deiner Sicht dann, ne? Jaja, logisch. Jaja, klar, logisch. Thomas, ich mach dir alles unterm Turm, wo die zwei Kisten stehen. Okay, ich mach das mal aus. Bis dann. Bis dann. Bis dann.